Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat inmitten der ukrainischen Offensive in der russischen Region Kursk zu Verhandlungen aufgerufen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Lukaschenko betonte, dass weder das ukrainische Volk noch die Russen oder Belarusen diesen andauernden Konflikt brauchen. Er äußerte seine Besorgnis darüber, dass bestimmte Personen, die seiner Meinung nach amerikanischer Herkunft sind, den Krieg weiterführen wollen, und betonte, dass diese an einer weiteren Eskalation des Konflikts interessiert sind. Belarus, ein enger Verbündeter Russlands, hat Moskau im Krieg gegen die Ukraine unterstützt und zu Beginn des Konflikts sein Territorium für russische Truppen zur Verfügung gestellt. Trotzdem hat Lukaschenko wiederholt angeboten, als Vermittler in Friedensgesprächen zu fungieren, und seine Bereitschaft gezeigt, eine diplomatische Lösung zu finden. Lukaschenko warnte zudem, dass der Westen, insbesondere hochrangige Vertreter der Vereinigten Staaten, an einer weiteren Eskalation des Konflikts in der Ukraine interessiert sei, was darauf hindeutet, dass die globalen Spannungen aufgrund des Einflusses externer Akteure zunehmen. Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen eine umfassende russische Invasion, während der Konflikt weiterhin schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung und die Region hat.